Also, ich bin der Ludwig Wüst, ich bin Filmmacher aus Wien und Holzarbeiter. Und heute machen wir erstmalig in Hof eine Holzlecture, um einige wunderbare Freiwillige zu animieren, mit uns eine Geste der Verbesserung dieser Welt herzustellen. Dazu nehmen wir ein wunderbares, tolles Brett, eine Esche, und zerteilen das in die Anzahl der Teilnehmer. Jeder kann das dann nach Hause nehmen und täglich für den täglichen Gebrauch verwenden als Schneidbrett. Und damit wird deren Leben, unser Leben einfach besser und schöner. Und heute ist noch meine Filme oben zu sehen, im Zentral Nummer 6, I am here und ABC, zwei Filme von Herrn Wüst und auch morgen. Kommen Sie vorbei. Ich freue mich.